Guck mal, wie müssen Moscheevorstände mit den Dauerstoppern vom Verfassungsschutz umgehen? Wie müssen die Moscheevorstände mit Verfassungsschutz und Co. umgehen? Das läuft immer so. Die kommen in die Moschee und sagen, ja, wissen Sie, mit Ihnen haben wir ein gutes Verhältnis und Sie sind ja unsere Freunde und ja, mit Ihnen arbeiten wir ja auch gerne zusammen und das ist auch gut für den Islam, was Sie machen, aber diese Leute, die Sie da haben, dieser Prediger, der ist ganz schädlich und der ist gefährlich und wir haben Verdacht, dass der die Leute dort und da hinschickt. Was ist jetzt die Antwort meistens? Guck mal jetzt, in Hamburg ein Bruder, ein ägyptischer Bruder, der Mashallah sehr gut ist, der hat überhaupt nichts mit Daula und Nusra oder irgendwie sowas zu tun. Da haben sie gesagt, oh, sieben Leute aus seinem Unterricht sind nach Syrien gegangen. Da kommen die dann zur Shura, zum Rat für Muslime dort, fangen die an zuzulabern und die Shura setzt dann die Moschee unter Druck und die Moschee schmeißt dann den Prediger raus. So, was ist jetzt mit den Jugendlichen? Die können wieder in die Disco gehen. Was wird denen danach angeboten? Nichts, tote Hose. Wie die ganzen Jahre, gehen wir über die Reeperbahn, schauen wir, wie viele Muslime da sind. Genau dasselbe hier in Frankfurt, mit Abdullativ. Abdullativ, so ein feiner Kerl, wie viele Jugendliche haben, sind vielleicht durch ihn, von der kriminellen Karriere irgendwie weggekommen. Da kommen die da hin, ja, wissen sie eigentlich, wen sie da haben? Weil die kommen ja nicht zur Moschee und sagen, wir sind gegen den Islam, wir wollen, dass die Jugendlichen hier assimilieren und dass sie lieber Disco-Muslime werden, sondern die sagen, ja, wir arbeiten ja so gut zusammen und dieses Vertrauen, was wir in sie haben. Aber wenn sie hier so einen predigen lassen, wisst ihr, was die eigentlich normal sagen müssen? Ja, was liegt denen vor? Ja, es liegt ihnen vor, sieben Leute aus seinem Unterricht sind nach Syrien gegangen. Ja? Haben sie einen Beweis, dass er das war? Ja, nee, aber wir verdächtigen den. Ja gut, wir können ja keinen Mann, der etwas Gutes bringt für die Jugend hier, der die Jugend zum Gebet ruft, der die Jugend von Drogen entfernt. Den können wir ja nicht rausschmeißen aus der Moschee. Eigentlich müssen sie den bezahlen, die Arbeit, die der hier macht. Ich gebe Ihnen mal den Tipp, Herr Müller-Meyer-Schmitz vom Verfassungsschutz. Sie haben ja so viele Probleme mit den jugendischen Muslimen. Bezahlen Sie doch diesen Abdullativ und diesen Abu Abdullah aus Hamburg. Ja, und geben Sie denen Geld, damit die die Jugend von der Straße holen. Dann haben sie weniger Probleme mit kriminellen Jugendlichen. Die sind die perfekten Leute dafür. Die bringen mehr als ihre ganzen komischen Streetworker, die sie jährlich mit hunderttausenden Euros finanzieren, die ganz Deutschland, die keinen Hering vom Teller ziehen. Oder was meinst du, wenn man so redet? Was kann jetzt passieren? Können die die Moschee zumachen? Nö. Oder hast du Dreck am Stecken? Hast du irgendwas mit der Steuer falsch gemacht, sodass du Angst hast, dass sie schämen? Dann ist das dein Problem. Dann ist das nicht das Problem des Predigers. Aber nee, die fallen dem Prediger noch in den Rücken und danach reden die noch schlecht über den Prediger. Wenn die noch sagen wollen, ja, guck mal, Bruder, wir mögen dich und du bist eigentlich ein guter Bruder, aber ich meine, ich weiß das jetzt nicht, wie das mit der Moschee in Hamburg war. Kann sein, dass sie das so gemacht haben. Aber wir haben zu viel Druck. Nur was für ein Druck? Sag einfach hier, was wollt ihr von uns? Liegt was gegen den vor? Ja, wenn du es gegen den vorlässt, müssen wir festnehmen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe, ja, meine Aufgabe, ihre Arbeit zu erledigen. Wenn was gegen den vorliegt, ist er im Gefängnis, da kann er hier sowieso keine Predigten mehr halten. So, da hatte ich das Thema von selber erledigt. Aber wenn nichts gegen den vorliegt, warum erwarten sie von mir, dass ich jemanden, der die Jugend von Drogen weghält, von Kriminalität abhält, dass ich den aus meiner Moschee rauswerfe, nur weil sie den Verdacht haben, dass er ja irgendwie Leute nach Syrien schickt. Dann bleiben sie bei ihrem Verdacht. Wir brauchen Beweise. So ist es doch auch in ihrem Rechtssystem. Oder sind sie gegen das Grundgesetz? Im Grundgesetz heißt es im Zweifel, oder aus den Prinzipien des Grundgesetzes geht hervor, dass im Zweifelsweifel der Angeklagten ist, oder? Also, Ende aus. Oder, wenn der mal irgendwas gesagt hat, der Prediger, dann sagt man einfach, ja, wir haben mit ihm einen Vertrag abgeschlossen. Er hat gesagt, er redet nur über diese und jene Themen. Was wollen sie denn jetzt sagen? Ja, aber, aber, ja, aber, wir sehen das anders. Aber, Bruder, wenn man Mickey Mouse ist, von der Persönlichkeit her, da kriegt man halt auch keinen Hering vom Teller gezogen. Bruder, und so geht es auch nicht weiter. Bruder, so kommst du auch keinen Schritt weiter. Und dann erzählen sie, ja, wir müssen die Dauer wieder so machen wie vor 20 Jahren. Bruder, wo war denn die Dauer vor 20 Jahren? Was gab es denn dort? Wie viele haben denn dort den Islam angenommen? Wie viele Jugendliche haben gebetet? Guck dir mal diese Generation an, die vor 20 Jahren in der Jugendphase war. Guck dir die mal an. Das ist die kaputteste Generation von allen. Das heißt, das muss man mal kapieren. Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Allah sagt das im Koran. Juden und Christen werden nicht mit dir zufrieden sein, bis du ihren Weg folgst. So, und was ist jetzt deren Weg? Guck dir mal deren Weg an. Deren Weg ist jetzt heute Friede, Freude, Eierkuchen. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Und Abrakadabra, Simsalabim kommen die tatsächlich mit einem Islamprofessor, Professor für Islamverfälschung, der tatsächlich den Leuten beibringt, auch Atheisten kommen ins Paradies. Und die Hölle gibt es gar nicht. Das ist kein Ort der Bestrafung. Und man darf nicht sagen, dass der Atheist ein Käfer ist. Ja, Bruder, wer ist denn dann ein Käfer? Käfer ist, Weißt du, wer Käfer ist bei dem? Steht bei dem im Buch. Bei dem steht im Buch, die größten, der größte Unglauber Blasphemie, ja, praktizieren die Salafisten, die Richter spielen für Gott, die sich an Gottes Stelle setzen. Also das heißt, also die Leute, die den Islam ernst nehmen, sind die Kuffar sozusagen. Aber der Christ und Jude und alles drum und dran, ist alles kein Problem. Der sagt ja, der Prophet hat ja auch die, hat ja auch die Mekkaner, im Mekkaner, die hat ja gar nicht von seinem Glauben überzeugen wollen. Also die konnten ruhig Götzendiener bleiben. Steht ja da, Lecum Dinu Kumvaliadin, euch eure Religion, mir meine Religion. Ja, echt? Ja, liest mal den Anfang von der Suche. Kulje Eul Käferun, sprich, O ihr Ungläubigen heißt das. Da steht nicht, O ihr auch Gläubigen, oder O ihr Götzengläubigen, oder O ihr lieben Menschen. Da steht, O ihr Ungläubigen, O ihr Käferun. Ach, guck mal, was das für ein Schwachsinn ist. So ungefähr formuliert er das. Ich habe das in dem Video, habe ich das genau vorgelesen, wie er das genau formuliert. So nach dem Motto, haben wir ja alles keine Probleme mit. Und das ist das, was man mit uns machen will. Das heißt, man bringt auf der einen Seite einen Islamverfälscher, der dann die Lehrer für die Schulen ausbilden soll, damit die Kinder schöne Gehirnwäsche kriegen, damit ihnen ihre Religion genommen wird. Und auf der anderen Seite setzt man die Moscheen unter Druck, damit die Prediger, die die Wahrheit predigen, die auf Deutsch predigen, so dass das auch jeder verstehen kann, nicht mehr gehört werden. Das ist der Masterplan der Islamvernichtung. Den Vortrag gebe ich euch als Tipp, euch anzuschauen. Der Masterplan der Islamvernichtung.